Sag doch, Herr, ich bin schon fünf. Ich auch. Ich auch. Werden immer größer und auch gescheitert. Ja, warte mal, bis der in die Schule kommt, ne? Da gibt es noch ein bisschen Schlauheit dazu, ne? Ja. Sag, Herr, trieb mal zu Bursar, ein so angroßes Zarratt. Und so ein Körschchen, da kann Käfer rein. Kannst du Käfer sammeln, Körsch? Oh, hübsche Käfer. Und wo lässt du die dann wohnen? In meinem Haus. Ah. Ich hab schon zu weit mal von mir. Ähm, echte, lebendige Käfer willst du dann sammeln? Ich hab schon mal so eine fliegerere Kurschritte. Hast du denn ein Haus für die Käfer? Eine Wohnung? Ja. So mit Blättern, so wie Fische haben ein, äh, wie heißt das Teil? Aquarium. Aquarium. Und andere Insekten macht man auch in sowas. Mein Käfer wird in mein Zimmer und dann wird es in mein Bett. Hm. Aber so frisch gewaschene Bettwäsche mag der Käfer gar nicht. Ich glaub, der mag lieber so auf Blättern schlafen. Ähm, das klappt das nicht so auf mir. Bei dir klappt das schon, ne? Ja. Okay, wenn es ihm nicht gefällt, kann er ja wieder wegfliegen. Ja, so. Der bleibt immer noch auf. Der Hund ist kaputt. Äh, also, der Hund, also, der Hund soll nicht auf mein Gart hin, dass er auch mal mein Bett schlafen. Okay, mal ausklafen, Manni. Okay. Hehe. Wie macht man das, die Mütze? Wir haben mal ein Anzug, zwei Gäste. Ich hab ihn gut zum Wunsch. Wir werden immer größer, darin sind wir stur. Wir werden immer größer in einer Tour. Auch wenn man uns einsperrt und sogar verdrückt. Wir werden immer größer, da hilft alles Glück.